Musik Mit neuen Kulturtipps in Gebäck darf ich Sie ganz herzlich begrüßen zum Kulturpunkt. Merci Cherie, seine Hommage an die musikalische Welt des großen Sängers und Entertainers Odo Jürgens. Die Show lässt Erinnerungen wach werden an Hits wie Aber bitte mit Sahne, griechischer Wein, ich war noch niemals in New York und natürlich Merci Cherie. Abgerundet wird das Programm mit Geschichten aus dem Leben von Odo Jürgens. Mal humorvoll, mal melancholisch, aber immer mitten im Leben. Die Erinnerung an diesen großen Musiker halten die vier Originalstars aus dem Odo Jürgens Musical Ich war noch niemals in New York am 12. Mai ab 19.30 Uhr in der Johann-Pölz-Halle hoch. Die Kunst des Barocks kokettiert oftmals mit den Sinnestäuschungen, kokettiert oftmals die Kunst des Barock. Auch die Architektur des Stiftes Melk spiegelt diese Haltung wider. Prelatenhof, Kaisergang, Marmorsaal und selbst die Stiftskirche, sie alle folgen diesem Grundsatz. Und die Musik, L'Homme Fantastique, Illusion und Wirklichkeit, das Programm der Internationalen Barocktage Stift Melk 2016, will dieses berauschende Prinzip aufnehmen, variieren und uns damit die gleichzeitig inspirieren. Gestartet wird am 12. Mai ab 14 Uhr im Barockkeller mit einer barocken Tiergeschichte mit dem Titel Mäuschen Max hört auf sein Herz. Neue Welten entdecken mit Weltenwanderer Gregor Seeböck und seinem Vortrag Schokoladen-Weltreise. Am 12. Mai ab 19 Uhr wird der dritte Weidhofener Weltabend eingeläutet, bei dem die Geschehnisse von Pfarreien für eine faire Welt Weidhofen in Erinnerung gerufen werden. Lebhafte Einblicke in die Herkunft von Kakao, Milch, Honig, Vanille, Paranüssen und Zuckerrohr und vielem, vielem mehr. Zu den Bio-Bauern in Österreich, Frankreich, in den Kongo und nach Kenia, in den Amazonas und ins Anden-Hochland. Gregor Seeböck war über ein Jahr lang unterwegs und dabei zu Gast bei Bio- und Fairtrade-Bauern in Europa, Afrika und Südamerika. Und er liefert beeindruckende Bilder. Mit Homa begann die abendländische Literatur und mit der Odysseus präsentieren die Sommerspiele Melk 2016 den vielleicht prägendsten und vielschichtigsten Stoff der europäischen Kulturgeschichte. Die Abenteuer des listenreichen Odysseus und dessen Gefährtin wurden zum Leitstern der bedeutendsten Dichter und schaffen es, Menschen aller Generationen und Länder zu faszinieren. Intendant Alexander Hauer und sein Team geben erste Einblicke am 18. Mai ab 20 Uhr in der Tischlerei Melk Kulturwerkstatt. Mit einer antiken Weltreise geht unser Kulturpunkt zu Ende. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zusehen bedanken und freue mich, Sie bei einer unserer nächsten Ausgaben wieder ganz herzlich begrüßen zu dürfen. Bis dahin eine schöne kulturelle Zeit und auf Wiedersehen. Bis dahin.